so servus leute was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen folge von call of duty monoboffer remaster und der kollege ist auch wieder dabei mit leute laufende runde da hängen wir dann am schluss noch mal eine dritte runde hin und schaut auch sehr schön sehr scheiße jetzt kommen wir rein und die runde ist zu endlich wird lachen und ich fände gerade schon ein kurzer dritter an auf jeden fall kommen wir machen wer ist im gegner wix du bist in der nähe von gegner wix habe ich was blatt habe ich was das kommt da kriegen die den sarkowisch der fingen den sporen hey ich hab gerade mein klo erschossen überraschung war mit rotpunkt so geil es ist so geil na jo na ich sehe entscheidend hast auch abzone wurde geflasht ich bin tot ich hasse die map immer ich hasse die map auch ja ich finde sie geht sie ist jetzt nicht schlimm aber pass auf rechts ja das war zu lang ja guck ich dir mal zu er bleibt halt direkt neben der granate sitzen auch nicht schlecht wo alle der doch an nervös also der ist ja richtig nervös wo noch mal ein headshot was man spielt bei dem kratz adrenalin abgeht ich glaube die gegner warten ja die warten ja glaube ich auch jetzt gleich messer wie ich war es ein penner kommt dann kommt er noch raus kommt er noch raus ja weil ich habe ich freundchen der ich habe ich aber ich habe doch c4 ich habe eine idee ich habe ich habe jetzt noch mal ein kleines tutorial in modern warfare tutorial 2 kills mit c4 alter was geht jetzt ab der mädchen ist am feier da hinten ist eine geradeaus hinder pass auf wenn du hoch gehst kriegst du ihn ich deck unten ich versuch's für mich doch nicht ich habe ihn angefrecken mit dem granatwert am hart ok warte oh ich glaube die kommt gut alter aber ich habe noch erwischt so die frage ist jetzt wo kommen die raus da hinten oh ich wurde gemesset peinlich nochmal ein tipp immer rauchwerfen wow verdammt ey alter zack mal gucken ob das klappt nein ne ne Achtung oben über dir also rechts oben Alter ich war doch drauf Oh ich bin direkt hinter den Ah super toll развente vielleicht gradweg sind die andere was war das 2 stück einer dahinten warte mal wie kriegt hier am besten weg Wie krieg ich die am besten weg? Den hab ich Von hinten So schnell ran, 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 ran Der liegt da und wartet, alles klar Dann gucken wir mal Ah, shit, Alter Aber ich hab noch erwischt, sehr schön Ah, verdammt Äh, jetzt haben die sich da oben so gut eingezackt Ich weiß halt auch nicht, wo ich mein, ähm, Ding hinhauen soll Mein, äh, Luftschlag, ist ein bisschen blöd Hier da hinten, doch da ist einer Oh, shit Blind, 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 blind Trau das ich Ich hör was Äh Ich will eigentlich eher die da hinten absnacken Ja, zwei Stück sind oben rein Ja, zwei Stück sind oben rein Ja, der liegt immer noch da hinten Warte mal, ich gebe uns Deckung Durchrennen, 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 durchrennen Ah, pass auf hinter dir Lauf, 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 lauf Na, nochmal rauf hin Kriegt er den? Okay, der hat ihn So, ich will den Penner da hinten haben Ah, das gibt's doch nicht, man Ich versteif mich wieder zu sehr auf den einen da Hier, warte mal, ich probier mal was So, ich glaub den hab ich Ja, den hab ich Ja, den hab ich Den hab ich Den hab ich Den hab ich Na, jetzt kommt der schon wieder von hinten Unfassbar So, warte mal Oh, da ist einer bei uns Kommt der durch? Na, ich kann nämlich auch noch selbst Hammer haben Ja, und mich auch noch Vorsicht, warte, warte, warte mal Ja, da steht jemand Oder gibt jemand Äh, einen hab ich Ah, diese Blackgranaten Oh, ich hab meine Sonnenbrille mitnehmen sollen Nein, Alter Den hab ich Boah, wie hat denn der Luft Oh, wir sind hinter denen Das ist gut Ja, ich war doch auf dem drauf Kass, die Scheiße, Alter Ja, wieder Armarm Den können nicht kriegen Oh, das war knapp Naah King Slayer Den hab ich Hier ist keiner Da ist einer Jetzt muss ich aufpassen, wegen hinten Den hab ich Komm, jetzt kommt raus hier, auf Sehr schön, Luftschlag Oh, fuck, Granate Oh, fuck, Granate Alter, nicht dein Anstatt, die tatsächlich noch weg holt Boah, Alter, was geht's gerade ab? Was ist hier los, Mann? Ja, das ist ein echtes Fragfest, ne? Ja, alle 416 schon wieder, das geht gar nicht Oh, shit, ich gucke in die verkehrte Richtung Kriegst du den da unten? Stimmt, ja Ah, den hab ich noch nicht Der hat Oh, er läuft nicht rein, echt jetzt? Oh, alter Wie kann ich denn, dass ich ständig von hinten abgeschossen bin? Das ist ja der Wahnsinn Bin hinter dir, muss ich Alter, danke Durch die Granate für mich abgefangen Sein Problem Habe ich denn gemacht Oben ist einer Oh, ist er nur ein Doppelkeling kriegt Hinde, alter, in unserem Spawn? Ne, teammate schon wieder, ich könnte kotzen Und das ist mein Handy wie möglich Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh oh, oh hast du einer lebt noch ja super toll angefragt vor wir verlieren ne quatsch alter ich war doch auf dem drauf mann ist nicht dein 1 der ist hinten runter gelaufen na 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 kommt er kommt er 1 2 3 boah den hab ich boah ja ja so kann ich nicht zielen mann ah guck ich noch unten ist da oben jemand stand verdammt hey leider den hab ich wo mitte kommen welche durch oder flashbangs nochmal flashbangs alter wie viel flashbangs hatten wir nochmal oh das war knapp na doch die sind immer noch da hinten drin ne mhm halt dann ist um 23 grad oh shit flashbang ohhhhhh ich bin blind a la man man ich hab alter kommt zeig dich naja ich hab auch ne drohne boah wie viel flashbangs die werfen man warte mal den habe ich er ist weg sehr schön der ist mutig wo halte wie hat er das überlebt man wie hat er das überlebt ich wusste ja dass das konnte nicht lange gut gehen das konnte nicht lange gut gehen junge nicht in die palme schießen kommt gibt mir einen longshot die man jetzt auch zu lang der headshot nämlich auch erwischt man kann ja doch schießen das natürlich blöd mitkommen welche nämlich verarschen warum alle wo also die ist hüftfeuer von der waffe kannst du den habe ich nein verdammt das war jetzt so sick alter ich schmeiße granate hoch erwischt da nein für team jetzt habe ich uns alle gewendet sorry ich sehe eigentlich noch ganz gut was schon noch ein noob tun ja hau rein wo rein ins haus rein oder was da oben rein ok hat sich erledigt ne da ist immer noch einer die haben helikopter schon wieder ist das nicht wahr ist denn ich frage mich grad wo der ist der wofür ich habe zwei stück hoch gerade immer noch geil we're about to win this one keep up the fire uab den habe ich oh ich wurde von hinten erschossen teammate und ist gleichzeitig rausgespungen verdient alter die klima weg machen sicher sicher schnell einnehmen naja die runde immer verloren alle die der hat sich jetzt zogen ja das ist echt so ohne scheiß boah perfekt alter perfekt 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 aha jawoll den eigenen teammate wegnutzt nochmal drohne komische schade 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 ja die team up die vordert echt alles ab ey oh nice ja komm 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 wuuhh 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 hm 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 ein kille hätte ich noch brauchte die 50 vollkehrt ja yp goddammit du rack up oh block 1 wuuhh 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 ja ich bin level 5 gerade was hast du gesagt bock oder was ja block net bock block achso block alles klar ok oh bitte die map bitte bitte nicht die sniper map da hab ich kein bock drauf nein oh unentschieden komm wurde noch einer von block n alter was ist für ein idiot block ein richtiger idiot anscheinbar block 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 komm schon bitte ey ist doch nicht euer ernst oder ja ok leute das wird jetzt mega langweilig ja das wird ein mieses match glaube ich wieder ja das wird ein herzlichstes wird mega mega scheiße langweilig oh nein hm ich hasse diese karte improv-hand geil ja ja aber normal mega scheiße ja aber wer weiß vielleicht kriege ich ja mein first blood wieder hoffen wir es ja auf das tendiere ich ja immer wenn ich eine runde starte was ist das oberste gebot fast plat richtig soldat oder ja ich habe erstmal da ne ne obwohl ne dann krieg vielleicht zwei teammates komm zeig dich zeig dich nein verbinde da ja 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 das war es mit fast plat ich glaube einer ist hinter uns ok ne ne da bist du nämlich ich halb dein ernst nicht ein fucking ernst wird jetzt läuft er mir zweimal direkt vorne rein alter so eigentlich ein team genug das heißt ich werde jetzt keine granaten werfen außer da hinten rein ich mache halt einfach mal einen double kill mit einer granate dahinter im container seiner hat immer ich noch mal ein bisschen nebel so schnell dreht sich das blatt so schnell dreht sich das blatt rauch raus kurz chillen und weg rein ich habe gemessert karte leute ihr habt das gesehen hat man hat er hochfach verpackt kurz warten weil das schön die frage ist welche granate vorwerfen oder soll ich lieber lassen ich glaube ich lasse es lieber von meinem glück treffe ich noch ein teammate wo ich war noch am überlegen ob das ein gegner ist ich guck sogar noch zu ihm hin und dann denke ich mir der sieht irgendwie amerikanisch aus lasse ich mal lieber also es geht jetzt mit mir ab sommer dort ich bin lang schaue ich will lang schaue ich bin lang schaue ich bin lang schaue ich bleib mal da stehen Ja des pro gameplay kein scheiß ich bin wirklich gut wie das daneben aber dasgil alles zum daneben zum plan dazu certainly war bei mir das ist okay jetzt habe ich wieder money im bus glaube ich eine ich habe den aus dem augen wie wir glaube ich habe ich den kratzen das ist ein ich bin ich bin ja wie kann ich drei hitmarker mit einer boah warte mal so riskant kommt dann direkt hier habe ich klingstern der ist dann schneller rein hinlegen alle alle kommen raus komm rein raus da war ja ich kassiere gerade ordentlich aber ich glaube alter wiederhaltig zehn wände durch schießt man ja guck da machen sie richtig rauch kanade rauchkanade rauchkanade vorallem der ist mutig ich sehe nix boah alter der baller dahinten sie ballert sich da hinten zu tode jetzt muss ich echt vorsichtig sein wo ich hinschieß mann oder das wollen welche hinter uns habe ich angehörtet der ist immer noch hinter uns in uns ja ich guck trotzdem guck trotzdem die freundlichen vorne kann rauskommen wird denn hinten habe ich das ist gerade von drehs von dreh stelle ich mache kann ein double kill nach dem next schnell was gehen ab nein hör auf da durchzuschießen alter das sind doch wichser ich habe halt einfach schon 20 drohnen gehabt oder so zeigt sich steht er hat mich woher kommen kriegt nein nachdem ich doch bei dir durch vorsicht zwei im gebäude ein habe ich den zweiten der auch hinten im eck okay dann habe ich vor allem hatte hatte das weg ich dachte denke da wir alle einfach nur ein straight gebäude ist eine durch bei uns links rechts rechts vor dir direkt vor dir ist einer direkt vor dir ist einer in dem haus von ich hab grad fast auf dich geschossen ja komm lass den heli runter holen die hat mich in unserem spawn gammelt irgendwann noch um mich sehen allerdings nicht was ist er denn alle scheiß heli wo ist er jawohl chop it down chop it down i repeat it chop it down oh shit oh shit oh shit ein double na warte mal was das ein triple kill? nein ein double kill ach ja warte mal ah ist ja egal alter wir führen ne ja so einmal rauch ja mit nur 35 aber wir führen schau mal hier deine hilfe gebraucht glaube ich weiß ja ne ich glaube wir kommen gleich kekner bin auf dem weg bin auf dem weg so leid sind die da drinne schon oder? ne ne? alter wie hab ich den den weg geaimt man weil die sind fast alle links ne? da 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 oh jetzt kommen wir hier ins gebäude rein aah shit im sniper held also direkt hinterm sniper held chillt einer vielleicht kriegt jemand der granate bei uns ist glaube ich einer durch ne noch nicht ganz ist der nicht da? doch hier schießt doch einer rum den habe ich oh man 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 hey kurz sagt was du willst alter da leidet deine prezi aber richtig hart runter ja dann schauen wir mal ob wir da kurz zunehmen können komm 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 ja er ist ja optimale schau da hinten mal luftschlag jetzt habe ich meinen heli jetzt habe ich meinen heli gekommen kommt er ist all der heli oder seine sehr schön sei dir raus ich bin leer fachkilling achtung achtung ich bin bei dir ja alles klar hinter uns habe ich nur noch mal nach rechts der schädlichen tod alter heli macht jetzt bloß den job alter nein hammer hat erholen sie den heli runter war schon in kaut der heli heli durch den heli hauen raus habe ich habe ich sehr schön ich schieße nicht auf den schweiß drauf schweiß drauf schweiß drauf nicht bleibt jetzt ist das metall jetzt mein herz hat alle sein heli ein heli die ratiert oder was der rasierte zoller es ist halt bloß dafür sorgen dass die den nicht runter holen da haben wir geschossen der ist einfach nur umgefahren das schlimm oh war das knapp oh war das knapp alter fast aufs teammate geschossen ja eigentlich ein kill noch und ich flieg halt raus nein nein ich bin raus mein team ist es ärgerlich ist das ärgerlich scheißen dreck jetzt wollte ich noch bis du fertig bist ich hoffe dass das nicht mehr lang dauert oh shit schade eigentlich schade 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 ja das ist mega schade goddammit ja leute so kann es gehen da habe ich eigentlich den luftangriff in den gegnersport also da wo die gegner hinten ihr habt es ja gesehen dahin gesetzt gehabt und dann ist der halt genau in meine Richtung geflogen das war ja also hardcore luftangriff da muss man echt vorsichtig sein weil ich halt kein schimmer habe wie ich den scheiß steuern kann ich glaube das ist wirklich echt random alter ja ich glaube auch dass das random ist also wie man halt in den vorigen Videos wie ich euch darum gebittet habe ich bitte euch hier nochmal drum wenn einer von euch da draußen weiß wie man die Anflugrichtung von den Chats beeinflussen kann lasst es uns bitte wissen das ist essentiell wichtig würde ich jetzt mal sagen ja scheiße ist das ehrlich ja wie lange geht es bei dir noch eine Minute eine Minute ja okay also ich tue hier schon mal die Aufnahme dann beenden weil das warten ist ein bisschen blut also Leute es tut mir leid tut mir echt leid aber die T-Mails wollten nicht so ihr habt ja gesehen zwei waren Selbstmordgefährdet die sind halt instant in meinen Lauf gelaufen ja und ja der Luftschlag hat halt den Rast gemacht also ich danke euch schon mal fürs Zuschauen im Voraus lasst gerne einen Daumen da ein Abo da und haut unten die Kommentare voll aber denkt dran konstruktiv bis zum nächsten Mal und tschüss auf nach ô ja das ist da vor